Hier oben seid ihr gerade das frische Bengel durchgefunden. Oh, le, 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 le. Den Selbstmörder startet, der sich in die Hand drückt in so einer Aktion. Den Selbstmörder startet, der sich in die Hand drückt, der sich in die Hand drückt, der sich in die Hand drückt. Okay, easy. So viel Zeug noch einstecken, wie wir können. Ja, das ist das Ganze kein Problem mehr. Oh, close. Hello? 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 Hey. Na? 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 Geh, Geh, Geh! Da kann man bestimmt irgendwie noch rein. Das ist das Endlevelportal, da will ich aber noch nicht hin. Ich will zu diesen Totenkampfen rein können, irgendwie. Muss doch gehen. Ohne, dass man jetzt gewisse... Fehler einsetzt. Und oben sind ja auch noch welche. Hm. Das check ich nicht. Vielleicht hier? Hm. Hinten ist irgendwas, also... ... 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 wuch mehr quägeister nett mehr 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 Ach, wahrscheinlich hat das jetzt hinten das Ding runtergemacht. Oder auch nicht. Ah. Ha, ha! Schau, schau! Brrrr! Hallo Welt! Schau! 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 boh, 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 kleiner. Uh, ich hab's ganz gut an dem Fest. Schön. Okay. Das ist ein Grund zum Speichern. Ach, hier sind wir. Das Ding ist cool. Oh, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich schon vermisst, Jungs. Ich habe mich auf jeden Fall. Es wird sehr faszinierend, wie dieses Level sich immer mehr mit sich selber verbindet. Das ist echt irgendwie interessant. Oh, das ist ein Grund. Oh, ja, ja. ja naja kacke ganz so gut das klingt gar nicht gut das klingt gar nicht gut ja 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 Ach, hier waren wir eben schon mal okay. Ach, das ist hier rausgekommen, das Vieh. Ähm... Blaue Schlüssel? Wo habe ich den denn her? Aber blaue Schlüssel war doch... Ähm... Hier oben um die Ecke. Ja, da ging's rein. Das ist aber fies, diese Wände Wow Zu Chasen